hallo zusammen herzlich willkommen zu einer kleinen infofolge so punkt 1 ist ich würde ganz gerne obwohl ich am wochenende unterwegs bin und da auch nicht aufnehmen kann ich hoffe das funktioniert alles so wie ich mir das vorstelle ich würde ganz gerne diesen mittwoch einen richer live stream machen wie letzten und vorletzten mittwoch quasi auch obwohl ich noch folgen bis freitag habe ich ja ansonsten würde er wohl ausfallen ich möchte glaube ich trotzdem mal mittwoch versuchen vielleicht geht er halt nicht so lange dann würde ich vielleicht wirklich um zehn auf aber ihr kennt mich ja ich mag dann ja auch gerade nicht weg und so und dann möchte ich einen zweiten live stream machen mir besonders am herzen liegt nicht von arg einfach aus dem grund dass in arg es gibt unheimlich viele sachen zu tun und ich wieder iran und dann denke ich mir dann kann ich das ja auch streamen und ja wie dem auch sei warum dann gerade donnerstag so wenn dann wird das wahrscheinlich auch mehr oder weniger eine regelmäßige sache am donnerstag werden sofern wenn ich das denn zeitlich hinkriege dass ich nicht donnerstag was vorhabe oder so warum werdet ihr in der dienstags folge erfahren warum das so ist und auch warum ich mich da ganz besonders drauf freue ja das seht ihr ja morgen dann müsst ihr mal einschalten bei arg dann seht ihr auch klarer so dass das eine das zweite betrifft seven days to die ich habe es ja jetzt auf vier tage reduziert ich habe es nicht auf vier tage reduziert wegen der kommentare die mich da geärgert haben das habe ich auch im let's play gesagt kam aber irgendwie vielleicht auch nicht so richtig rüber ich hatte jeden tag eine folge seven days unter den stream und habe dann drei tage lang über eine ganze woche lang jeden tag drei folgen gehabt und da ist mir klar geworden das ist zu viel das ist mein kanal besteht nur noch aus seven days das ist weder für mich gut noch ist es für den kanal gut ob es jetzt für euch gut ist kann ich nicht sagen ihr hängt da ja dran das kann ich auch verstehen und das freut mich ja auch dass jetzt irgendwie doch mehrere stimmen laut geworden sind die gesagt haben nee ich will meine ich brauche meine tägliche dose seven days und was soll ich denn jetzt machen so ich mache das ja nicht um euch zu ärgern der grund ist einfach nur ich möchte auch mal andere spiele spielen guckt euch mal auf den anderen kanälen um ihr guckt ja nicht nur mich guckt ja auch andere youtuber dann guckt mal nach wie viele verschiedene spiele da laufen und dann guckt mal bei mir und dann überlegt mal wo da der unterschied ist dann müsstet ihr eigentlich sehen was ich meine so abwechslung braucht ja jeder nicht nur der mensch sondern auch der kanal ich will jetzt mit seven days nicht aufhören so irgendwann ist seven days auch mal fertiggestellt und dann spielst du das vier monate ohne update und dann sagst du dir kommt ja kein update mehr um was ist dann dann habe ich einen seven days kanal super so aber auch nichts anderes und das ist ja auch blöd so also was ich versuchen kann also ich habe jetzt noch bis nächsten montag folgen und da ich jetzt diese woche zwei leistungs habe und am wochenende mal weg fahre kriege ich auch nicht hin vorher irgendwie noch was aufzunehmen das geht nicht da müsste ich mindestens den wirdscher live stream streichen ich glaube da können wir uns nach die woche gedulden das kriegen wir wohl alle hin ich will versuchen dass ich das doch wieder als tägliche folge mache ich kann es noch nicht versprechen aber das werde ich ernsthaft versuchen nur der deal ist tägliche folgen kürzer die werden dann keine 25 28 30 minuten mehr gehen können es geht einfach nicht also da müsste ich an irgendwann anderen sparen so dann ich kann auch den witcher live streamer komplett einstellen also dann würde ich es wahrscheinlich wünsche auch komplett für mich einstellen aber selbst dann rückt irgendein anderes spiel nach weil ich möchte halt verschiedene sachen machen ich möchte es auch nicht bei den kommentaren großartig einsparen es gibt genug youtube kanäle die nicht auf die kommentare reagieren oder auch nicht viele lesen oder sowas dann möchte ich es auch jetzt ungern einsparen das wird vielleicht irgendwann mal so weit kommen weil es wird wirklich immer mehr ist auch schön aber es ist halt schwierig dann zu realisieren so aber sowas sind wir ja noch nicht dann mache ich die folgen kürzer ich kann mich daran erinnern als der liebe minias irgendwo mal gesagt hat wir machen jetzt täglich minecraft folgen dass er gesagt hat 15 minuten das hat er auch so durchgezogen 15 minuten dafür jeden tag von irgendwie zweimal oder dreimal die woche oder von dreimal oder viermal die woche das war der deal und so werde ich das dann auch handhaben ich werde dann irgendwo zwischen 15 und 18 also möglichst immer unter 20 ich hoffe auch ich kriege das hin ihr kennt mich ja ich bin ja der erste der sowas nicht hinkriegt aber nicht das merke museum in die reißleine ziehen weil ich kann das geht halt einfach nicht irgendwo muss die zeit fährt ja jetzt nicht vom himmel so von der idee so das können wir machen so dass wir jetzt mal ein angebot an euch dann habt ihr sie täglich aber hat sie ein bisschen kürzer gibt es wahrscheinlich auch dann einige die dann sagen auch bin ich vermass nicht längere folgen das hier ist die erklärung dafür ich komme euch da entgegen und dann müssen wir das aber so machen ja ihr könnt mir ja mal was dazu schreiben das wäre ganz gut weil ich nehme dann ja auch irgendwie erst sonntagabend wenn ich zurückkomme oder am nächsten montag dann auf und dann könnt ihr mir mal eure meinung dazu schreiben was ihr davon haltet so allgemein und dann entscheide ich noch mal für mich was da jetzt draus wird sag ich mal so aber dass das kann man machen ich möchte da jetzt irgendwie auch nichts nehmen was ihr gerne guckt sag ich mal das war ja auch keine ganz einfache entscheidung für mich so wobei wir vorher das ja auch hatten vier folgen die woche ich habe das dann ja irgendwann mal erhöht eigentlich nur weil eine neue alpha raus kam und habe das dann auch wieder runter gedreht und aber okay gut wenn man sich erst mal an sachen gewöhnt hat kann ich das verstehen ja dann schreibt mir doch einfach mal eure meinung dazu ob ihr das dann so okay findet oder nicht oder was ihr davon haltet oder ob das ein blöder kompromiss ist aber ich kann halt irgendwie nur den einen oder anderen anbieten wieder normale folgenlänge wie bisher auch und dann vier mal die woche oder wir machen sie kürzer machen sie täglich können wir gerne machen habe ich kein problem mit ist aus youtuber sicht auch gar nicht so schlecht sage ich mal so wenn man die dann halt kürzer macht und dafür mehr folgen ihr wisst wie ich das meine so aber das ist ja jetzt nicht mein hauptaugenmerk gut dann ja schreibt mir mal was in die kommentare dazu ich würde mich freuen wenn ich euch mittwoch zu witcher und vor allen dingen auch donnerstag zu arg im streamsee das würde mich richtig freuen wieder 19 uhr arg könnte bis länger werden weil ich habe urlaubsantrag eingereicht für freitag ich hoffe auch dass der durchgeht so ich wünsche euch was bis dann tschüss